Zuerst hier ist der Vortex und heute zeige ich euch wie man in Black Ops 3 schneller nachladen kann. Auf geht's! Und zwar wechselt man dadurch zweimal die Waffe. Das ganze sieht so aus und die meisten Waffen wenn man sie leer geschossen hat oder einfach beim nachladen haben wir eine Nachladeanimation. Das heißt die Kugeln sind zwar schon im Magazin aber man hat immer noch die Animation und kann nicht schießen. Das ganze zeige ich euch jetzt kurz. Ich schieße jetzt die M8A7 kurz leer und diese Animation meine ich. Jetzt schießen wir das ganze noch mal leer und machen den Trick indem man die Waffe schneller bereit bekommt. Sobald die Kugeln im Magazin sind wechselst du zweimal die Waffe und kannst du weit schießen. So das war der heutige Trick. Ich hoffe es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat oder ihr noch etwas neues lernen konntet, lasst eine gute Bewertung da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, euer Vortex.